ARD Text im Auftrag von Funk 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 Klo da ist er hat ein macht hat den Bum-Bum Aua gemacht genau ich habe es über die Sagen alle ich hacke die Schacke wo ich kann natürlich der reise gescheit mit dem ja ich bin mit den Bordau das ist ja auch bekannte sie bestimmt noch nicht aber egal ich erinnere mann doch was ich bin jedoch wohl nie in die Posten wenn er kann zu empfunden nicht. Weil du Munni-Hemmung hast. Nein, nein, nein. Ja, ich geh ja schon. Ich, äh, ne, und so. Pssst. I, äh, i, äh, i, äh, i, äh, i, äh. Gott. Das sind tolle Geräusche dabei. Luft, doch. So. Haben wir es geschafft, oder was? Ja. Ein Objektiv ist erledigt. Jetzt hat gerade echt einer einschreiben. Gott, too many. Too many of M. So, kommt jetzt hier noch welche? Nee, ne? Mhm. Lalalala. Da ist keiner flühen. Lalalala. Ich könnte mal Munni gebrauchen. Ich könnte mal einen Sunny gebrauchen. Ach, der, der Patscha-Hia kommt doch schon. Na, jetzt ist der Patscha-Hia kaputt. Toll. Isak. Isak. Isak hat mir Munition gegeben. Ach, danke, Isak. Du bist ein Schatz. Lass dich kno- Moment. Au, sag mal, wer- Wer ballert denn hier schon wieder, ey? Diese- Können die einem nicht mal den Rücken decken? Diese scheiß-dumm- Team-Botts. Müsst ihr euch mal gleich killen lassen? Kann mich mal jemand hier? Aua, aua. Ich steig nur ein. Was wollen wir hier raufdrücken? Was machen die Penner hier? Was ist das denn alle? Was macht die Penner hier? W- Wechsel immer Götzen! Muni aufgefüllt! Hehehe, 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 sprengen an den Schaft. Huh! Äh, hier. Habe es dankbar. H-he-he, er-he, 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 freigeschaltet. War es der rote Draht? H-he, boah! Oh, der ist voll da hinten. Was machst du? Hä, ich war doch in Deckung. Ach, der war hinter mir. Okay. 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 Gerade ab, der Ruh. Oh, alles voll hier. Heilige Kacke. Oh, ich hab mich verhakt. Oh. Vier Leute, ey. Alter, was für ein Arsch. Bauen sie jetzt eine Barrikade oder bauen wir eine Barrikade? Die bauen. Die bauen immer eigentlich eine Barrikade. Nein. Wo ist denn das? Ich werde den Bau der Barrikade stoppen. Nee. Bin ich in Kommando. Das mache ich schon in Kommando. Fast rein. Ich habe den Versorgungsposten erobert. Lauf noch, Mann. Oh, ich habe den Versorgungsposten. Der Versorgungsposten. Oh, ey. Komm. Komm, ich mache den Versorgungsposten. Oh, du Scheißbotsch. Alter. Was haben die für Overskillte Knarren, ey? Das geht ja gar nicht. Wie viel Schaden machen die Fuzzis hier? Du bist zu. Schenk ich dir. Ey. Wo bist du? Hui. Tock. Hier bin ich. Muni aufgefüllt. Danke. Das ist doch immer das MP-Teil, das gefällt. Ich werde den Bau der Barrikade stoppen. Angst. Wir zerrichten die Treppe. So können wir sie uns. Der Wachtungswort darf nicht beschädigt werden. Ich habe den Versorgungsposten erobert. Halt die Klappe und kämpf selber. Dann fliege ich immer zusammen. Sie haben unseren Kommandofasten. Zeige Aufer. Mehrere Feinde entdeckt. Ich lade nach. Ich separiere den Wachtungswort. Feinde entdeckt. Kuckuck. Hehehe. Kuckuck. Heilige. Voll voll. Hast du den jetzt wieder heile gemacht? Au. Oh Mann. Ich habe die Typen gerade irgendwie verarscht. Ich habe so eine Granate in die reingeworfen. Hehehe. So, ich kenne Ausrüstung. Du fahr weiter, du Kasper. Ach so. Wie viel Ausrüstung, oder wie die, diese große Ball, wie viel kostet denn so eine Granate? Ich kenne mich nicht rum. Ich kenne mich nicht rum. So, Hacke, da hast du nichts. Da ist einer. Da ist einer. Ich lade nach. Ja. Entschuldigung. Wann hat denn das schon wieder? Na? Geht das noch, oder geht es nicht mehr so? Schätzungsweise nicht mehr so. Need cover. Uh. Bye bye. Oh. Ja, dann gib dir doch welche. Der scheiß Bot nun mal mit seinem Schweißarbeiter fertig. Mit seiner Scheißarbeiter? Ja, seiner Schweiß-Scheißarbeit. Schweißenden-Scheißarbeit, wie auch immer. Vor allem auch irgendwelche Nazis hier auftauchen. Die Biowaffenprobe muss jetzt rein. Halt auf, hinter dir. Wo muss ich das jetzt hin? Hast du die Biowaffenprobe? Ja. Ja, dann musst du rüber. Hier, zurück zum, zurück zum anderen Kontrollposten. Mach mal einfach, wo ich hin muss. Ich laufe hinterher. Mach doch ein Missionsobjektiv. Ich kann nicht. Ich stehe unter Stress. Da drüben, wo der Typ gerade steht. Da rüber? Da zum Hubschrauberlandeplatz. Zu diesem Gate, da musst du. Probe achten. Warte. Wenn du... Ich geb dir... Ich seh schon, ich hab schon jemand hier. Feuer. Ich geb dir Feuerschutz. Feuer, Feuer. Hier hin? Und dann? Oh. Probe achten schon. Dann haben wir alles. Ich gebe mich zum Versorgungsposten. Du bist auf dem Weg zum Erfolg, Junge. Errungsthaft freigeschaltet. Komm, ich schluss. Muss ich jetzt mein Kekse haben. Boah, ich brauche erstmal Keks zu... Haftbombe, ne, ne? Ausrüstungsübernahme. Alter, jetzt reicht's auch langsam hier mit dir hin. Boah. Boah. Eilige Kacke. Ich muss jetzt mal an mein Feig. Wir halten Nechayev, den Informanten der Terroristen, zu seinem eigenen Schutz im Lazarett fest. Trotzdem sagt er auf einmal nichts mehr. Shen muss einen Überfall planen, um ihn zu holen. Oh ne, oh ne, ich darf. Oh ne. Warum ist Nechayev im Lazarett? Ihm ging es gut, als wir ihn gefangen haben. Ich verstehe nicht... Ist das eine Übung? Eine Übung, oder? Waffen scharf. Und uns hier angreifen, sind die irre. Du glaubst, sie haben keinen Plan? Die planen das doch seit Monaten. Seit Jahr haben. Sie haben diesen Ort gebaut. Vielleicht eine Literatur eingedauert. Die können mehr über unsere Verteidigung wissen als wir. Pass auf! Sie sind hinter der Nischehevier. Verteidigen Sie die Obture. Techniker, bereithalten. Bewege. Ich verteidige die Leitung. Der Ölgal der Ammonie aufgefüllt. Ihr schwächter Rokumina. Bitte sehr. Wie schön. Wo müssen wir denn... Warte. Die Leitung verteidigen. Nicht runterfallen. Ich errichte eine Gilde, was? Eine Gilde ist aufgestellt. Und wo kommen wir denn? Von da durch dieses Drahtlabyrinth da. Drahtlabyrinth. Süß. Spann Dit assume. Buildlings. Wir verstoßen. Und wo es nicht einf cost kann.